Herzlich Willkommen zu meinem neuen Adventure und zwar Zelda, das Zelda Adventure. Ja, das spiele ich jetzt mit Adventurecraft, ähm, ja. Und zwar, äh, mach ich mir jetzt einfach meine Welt, meine Zelda-Welt, ne. Ich hab das extra jetzt installiert, ja, und wollt das dann mit euch spielen. Ja, hier sieht man schon, das ist das Tutorial. Willkommen zum Tutorial vom Zelda Adventure. Ja, das machen wir jetzt, ne. Ja, wenn man, ja, man soll den Schleimbein nehmen, wenn man nicht das Tutorial machen will. Ja, du brauchst, wenn du das erstmal spielst, dann brauchst du dieses Tutorial. Okay, dann gehe ich diesen Männlein hinterher. Let's begin with the basis. Then, okay, you can, oh, man kann nix zerstören. You can use two items at the same time. Uh, ah, okay. One with your left hand. Choose the right hand. Ah, okay. You can choose the left hand item by pressing CTRL plus number or, ah, okay. Let's continue with battle. Ja, battle-informationen ist besser. Can you see it? Ja, da ist ein Schleim gespawnt. This is a horrifying slime. Das ist doch kein Horrorsch slime. Ähm, kann, kannst du mich gehen lassen? Uh, you can attack with left click. Hallo? Oh. Was war denn, ja, right hand can you attack with for right click? Hä? Wie? Hä? Wie, wie, in welcher Hand hab ich das? Ach so. Ach so. Wo ist denn jetzt der Schleimie? Äh, ich weiß es. Ach da, da ist der. Der Schleimie. Äh, wo bist du? Da. Okay, das war ja so schwer. Ja. Ach, um, hier hast du auch. Oh, ich bin stark, ne, nur weil ich einmal geschlagen hab. A very good doing an adventure you will meet much longer opponents. Oh, sehr viel steckere Monster, ja, das hab ich mir schon gedacht. Ja. You don't want to have to restart. Ah, okay, das ist gut, da muss man nicht neu starten. Automatische Save Points. Ja, wie im normalen Zelda gibt's dann Save Points. Ah, das Tutorial endet gleich, ne? Du brauchst nur ein paar mehr Dinge wissen, ne? Während das Adventures bekommst du Items, welche dir helfen können bei Equipment oder anderen Schlüsseln. And do you able to what? Mann! You should have a look at the help. Ah, okay. A harm is help, okay. I think you know what you had to do to know. Ah, okay. Able to start the adventure doing what you will. Ah, okay. Okay. Oh, in ein paar Sekunden werde ich teleportet. Yay, have fun. I have fun with some... Ja, with some Zelda. Okay, das war das Tutorial. Ja, jetzt sind wir endlich in der richtigen Welt. Ja, das ist ein bisschen schwer, weil das ja alles in Englisch ist. Deswegen muss ich das ja alles übersetzen für euch. Link, you should have Zelda. Okay. Ich soll ihr helfen, der Zelda. Okay. Ja. Huh? Was? 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 Okay. Okay. Hoey. Zelda needs help. Ah, das beweise ich auch. Und dann habe ich da jetzt meine Karte. Ja. Meine Karte. Oh, ja. Und das ist meine Karte. Ah, ich will die nicht in der Hand halten. Hallo. Ja. Wie wechsle ich das denn? Hm? Äh, wie macht man das? Ach so, eins. Kann ich das auch aus der Hand raus tun? Okay, nee, das tun wir dann da. Ja. Okay. Ah, und da sind Betten. Ein Doppelbett. Okay, da muss der da mal mit Zelda schlafen, ne? Ui. Da fliegen wir durch. Yeah. Tolle Soundeffekte. Ja. Oh, ich mag die Musik. Oh, die Musik ist cool. Ja, 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 ja. Wo muss ich denn jetzt lang? Ähm. Ja. Wo muss ich lang? Ne, das ist jetzt die Frage. Da, guck mal, da ist ein Haus. Ja, ein Haus. Wollen wir da mal einbrechen? Ja, da brechen wir ein. Was ist das? Was ist das für eine Frau? Penny, give me an Apple piece. Warum soll ich dir ein Apple geben, ey? Äh, du mit deinen Apple. Was findest du toll an Apple? Hm? Ah, okay. Dann muss ich dir da wohl einen Apfel holen. Ähm, ja. Das, äh, das treuen kann man ja nix, ne? Hm. Kann man nicht. Ja, wo soll ich dann Apple herkriegen, ey? Wo kriege ich mein Apple her? Ich hab nur drei Leben. Ich hab nur drei Leben. Ah, hier ist dunkel. Ah, dunkel. Ah! Das macht mir Angst. Ich mag die Musik. Die ist geil. Die passt. Äh, ja. Ist da was? Da ist ein... Ist das da ein Apple oder was ist das? Ein Chestcake. Ah, okay. Ja, jetzt hab ich Kuchen in der Hand. Ah, ich hab Kuchen in der Hand. Nein, ich will den Kuchen nicht fressen. Ne, 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 ne. Ich fress keinen Kuchen. Ach so. Ah, okay. Ja, wo krieg ich jetzt den Apfel her? Ein Apfel für die Frau da. Hm. Ah, okay. Und dafür brauch ich jetzt einen Schlüssel. Ah. Das ist wohl mein Dungeon, in den ich reingehen muss, ne? Ähm, ja. Dann rennen wir mal irgendwo hin. Ich mag die Musik. Die Musik ist toll. Kann man hier nicht rennen, Mann. Naja. Ist halt der Mod. Hm. So, wo muss ich denn hin? Ach, da. Vielleicht gehen wir mal da rein. Äh. Das ist dunkel. Das ist dunkel. Ah. Da ist dunkel. Ein alter Mann. It's dangerous to go alone. Take this. Okay. You get Kokiri's sword. Kann ich dich töten? Ah, Mann. Ich will dich töten. Take this. Nimm das. Nimm das. Ich will dich töten, du alter Mann. Hast du was dagegen? Ey, Mann. Darf ich dich nicht mal in Ruhe töten? Ma. Ich will gegen den alten Mann kämpfen. Ist doch mal toll. Und bin ich ja gekommen da, ne? Ja. Was ist denn hier? Ich hab da irgendwas gehört. Oh. Ah, ja. Das ist schon mal... Ach so. Damit kann ich jetzt so Sachen zerstören. Okay. Das ist doch mal ein tolles Schwert. Ja. Dö, 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 dö. Das ist wie im richtigen Zelda, also, zu empfehlen. Ach so, dafür bräuch ich jetzt so ein... Ja, so ein Bombenvieh, ne? Ich hab ja da richtige Zelda, hab ich ja auch... äh, viele Sachen gespielt. Ich hab das ja noch damals auf der Nintendo 64... Ja, ne, Super Nintendo hab ich das gespielt, ne? Das war... War das... Ne, ja, Ocaína of Time hab ich auch noch auf Nintendo 64 gespielt. Aber danach hab ich da noch auf Super Nintendo irgendein anderes auch gespielt. Ein Schleim. Schleim dich nicht bei mir ein. Äh, äh. Gibt's nicht. Du schleimst dich nicht bei mir ein. Hm. Wo gehen wir denn jetzt ein bisschen hin? Äh. Au. Ach so. Ich dachte schon, was... Was ist denn jetzt? Der zeigt mir schön die Region. Ja. Passt. So, so passend. Okay. Ich weiß Bescheid. Ja. Okay. Ja, das ist Geld, ne? Wenn man aus Zelda kennt, ist das hier Geld, ne? Pures Geld. Aber die Roten sind immer noch am besten, glaub ich, ne? Oder... Ja, die Roten sind, glaub ich, die Besten. Oder die Blau... Rot ist doch besser als Blau, oder? Also von den Steinchen hier. Von den Rubinen. Hm. Ich weiß nicht. Gehen wir mal da runter und wagen einen Schritt in diese Höhle rein. Hm. Ja. Die Höhle. Höh, die Höhle. Was lauert denn hier in der Höhle auf uns? Dungeon 1. Oh, ein Dungeon. Okay. Ja. Das ist der Dungeon. Brauch man dann... Da braucht man noch einen Schlüssel. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, habe ich mich erschreckt? Boah. Ich dachte jetzt schon, der Creeper kommt da raus. Ah! Ne, erschreckst mich. Hallo? Hallo? Siehst du mich? Du Creeper? Oh, der sieht mich nicht. Ah, 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 ah. Der muss mich doch sehen. Gibt's doch nicht. Ey, wo ist meine Karte eigentlich? Ich weiß es nicht. Hatte ich nicht noch eine Karte? Ich weiß nicht. Dachte ich hätte... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ey, hier wird mich nicht, äh, geschleimt. Hier wird mich nicht angeschleimt oder sonstiges. Ne, 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 ne. Das kommt hier nicht in Frage. Hm. Ja, wie komme ich da durch? Äh. Darunter zu fallen ist wohl keine gute Idee, oder? Hm. Was ist das? Ein Stock. Was kann ich jetzt mit dem Stock machen? Ähm. Achso. Und jetzt hab ich den in der anderen Hand. Die Musik ist ein bisschen, ja. Äh. Oh, ne? Die ist ein bisschen komisch. Ja, jetzt hab ich Stöcke. Und jetzt? Sag mir doch mal, was ich jetzt mit den Stöcken hier machen. Uh. Oh. Hm. Also, ja. Hm. Kann ich mit den Stöcken machen? Hm. Ja, das ist doch Kleidung, ne? Ah, schade. Kann man nicht ausziehen. Okay. Hm. Wollen wir mal da runterspringen? Wollen wir... Äh. Ah, jetzt bin ich im Wasser. Ne, ich bin im Wasser. Ja, toll. Wir mussten ja hier runterspringen. Floor 1. Oh. Oh, oh, oh. Achso. Nein, so. Naja. So, dass ich das in der anderen Hand halte. Oh. Das erschreckt mich immer wieder. Kay. Äh, wo gehe ich lang? Kay. Ja. Ich gehe zum Kay und da spawnen immer wieder Schleimis nach. Aber. Achso, können die mich... Können die mir was tun oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Ich dachte, ich habe hier Schleimballs bekommen. Aber nein, haben wir nicht. Oh. Oh. Nein, da runterfällt es Aua, ne? Oh. Da ist der Kay. Der goldene Schlüssel. Wir brauchen den goldenen Schlüssel. Aua, 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 aua. Oh, das hat weh. Toll, jetzt muss ich wieder Kuchen essen, um mir Herzen zu bekommen. Boah. Das ist der runterfallen, Bauer. Das tat echt weh. Ey, der Kuchen hat nur ein Viertel Herz. Was ist das für ein Kuchen? Ist doch mal doof. Okay. Was ist denn hier? Ich glaube, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß es nicht. Wie benutze ich das denn? Ich weiß es nicht. Äh... Kay, wie benutze ich dich? Andere Hand, ne? Ne. Wie benutze ich den Kay? Hallo? Ich weiß es nicht. Muss ich... Hä? Weiß ich nicht. Kay, okay, geh da rein. Oder? Hm. Ich weiß nicht. Oder muss ich den fallen lassen? Weiß es nicht. Aber gehen wir erstmal in den anderen Raum rein. Vielleicht hat uns der Raum ja den Schlüssel... Ja. Für irgendwas. Okay, Flur 2. Flur 0. Flur 0. Äh... 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 Nein, so, 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 so. Ja, so, 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 so. Nein, äh... So. Ja. Ah, der hat ein Herz fallen gelassen. Juhu. Äh... Aua, nein. Du Tatzien. Musik, Musik, Juhu. Ähm... Und das halten wir in der anderen Hand. Ach, dann ist der Kay hierfür. Ach so. Hier war mal da, du. Abonniert...